Red Team Salam alaikum Wolle Kette kaufen? Nee, nee, danke. Ist ein gutes Geschenk für Frau daheim? Nein, ich brauch nicht, die hat schon 100 Ketten. Komm, ich mache so einen Preis. Brauch ich nicht. Wirklich, vielen Dank. Wolle Kippe kaufen? Ich rauch nicht. Tut mir leid. Was ist mit Schuhen? Wolle Schuhe kaufen? Wie viel denn? Fünf pro, also zehn. Lieber sieben für zwei, also sieben für das Paar, dann bin ich dabei. Siebefünfzig. Das ist schon ein bisschen viel. Die sind ja getragen. Komm, ist ein gutes Geschäft. Sieben, sonst gehe ich jetzt. Siebezwanzig. Sieben. Nur heute ist der Preis. Ja, genau sieben. Wolle T-Shirt kaufen? Wolle T-Shirt kaufen?